Guten Morgen liebe Leute und diesmal trifft sogar zu. Es ist Punkt 10 und ich habe mir gedacht, bevor ich auf Arbeit gehe, mache ich noch ein wenig an Parodios weiter. Eigentlich wollte ich ja, sagen wir mal, heute früh, heute Nacht weitermachen, nachdem ich von einer kleinen Party wiederkomme, aber irgendwie war ich dazu nicht mehr in der Lage. Es wäre sicher lustig geworden, aber mein Körper war dagegen. So, ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Ich glaube, das war irgendwann nach diesem Sahnespritze. Machen wir einfach mal weiter. Das perfekte Spiel, um einen Tag zu beginnen. Besonders in der Arbeit, glaube ich, bei den ganzen Kunden verscheu ich. Oh mein Gott. Uah! Also langsam wird es unübersichtlich. Ich habe meine Bubble verloren. Was zum Teufel. Oh mein Gott. 15 Prozent? Oh Gott. Nein, Konami-Küken. Leck, das wird nicht spaßig. Ey, lasst mich doch... Sehr gut. Punk-Hühne! Speed up! Oh Gott. Ja, so langsam wird es. Ach du Scheiße. Eine ganze Punk-Familie. Ah! So. Sehr gut. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, das ist jetzt sehr nett. Scheiße. Oh, sehr nett. Was zum Teufel. Was? Wenn es nach mir geht, müssten da jetzt Fragezeichen runterfallen. Keine... Was weiß ich, was das war. Jetzt schon wieder. Ah. Oho. Ich bin ein fetter Pinguin. Doi. Wünsch. Pff. Ah, Mann. Nein. Diesmal... Ich hasse das. Ich kotz gleich. So, diesmal speichere ich aber. Ha. Diesmal nicht. Hab ich jetzt da umgebracht. So. So. So lasse man mich in Ruhe. Hier ist schon wieder kaputt. Dann so ne Bubble. Dagegen hab ich nichts einzuwenden. Jetzt schon wieder. Ah. Roulette. Roulette. Alter Schwede. Das ist ja richtig hektisch. Yoga. Okay, grüß dich. Ein Boss. Was immer das auch sein soll. Schön, dass der mich gleich mal nebenbei kaputt macht. Was, das war's. Viel zu einfach. Was für die dramatische Musik. Oh Gott. Huh. Ach du Scheiße. Ich glaub, das Level wird noch sehr böse. Und ich treff nix. Da. Da. Kommt ja was von oben. Ja, reinrennen hilft sehr viel. Ja. Sag mal. Lasst mich in Frieden. Wax. Meine Stimme versagt. Ach so, langsam wird's mir etwas zu viel hier grad auf dem Bildschirm. Die. Alter Schwede. So, was ist das? Duke Nukemkoi? Oh ne, war das eine gute Idee? Ich habe er zweifelst grad irgendwie. Ich will doch nur... Was soll ich denn da? Was? Ach Gott. Fies. Sehr, sehr fies. I do not approve. Ich will meine Babbel. Das ist richtig epische Musik. Was bist du inzwischen, Bus? Die. Ah, der schmeißt mit Konfetti und trifft mich damit sogar. Ah, ich sag mal. Schramm dir deine scheiß Pfeife gleich quer in den Arsch. Ha. Wuhuuu. Danke. Meine Güte. Der Zwischenboss sehr nervig. Das Schiff lebt immer noch. Da haut sogar mich vom Sessel. Ja, meine kleinen Wale. Fresst euch durchs Metall. Oh, wie dramatisch. Wie? Oh mein Gott, wie. Äh, sexy? Was zum Teufel? Wieso schießt die grüne Dildos aus ihrem Mund? In den Moai-Form. Oh mein. Ich bin gerade etwas sprachlos. Aber sollte die nicht... Führt man die nicht eigentlich... Ach, egal. Ne, das sag ich jetzt lieber nicht. Ich hab jetzt keine Lust, irgendwas zu zensieren. Oh ja. Du machst es falsch, Frau. Oh, jedenfalls. Hüstl. Kotz. Wuuuusaa. Hä? Nein. Oh. Oi. Oi, oi. Zu schie. Waddle. Danke. Oben und unten. Ach du Scheiße. Krass. Ich sollte nicht auf den Hintergrund schauen oder versuchen zu schauen, was das überhaupt darstellen soll. Ah. Was ist denn jetzt schon wieder... Ach, ich werd wieder fett. Ja. Kommt her. Doi. Was? Oh Gott, nein. Ich werd wieder klein. Ah. Danke. Uhuhuhuhu. Ei, 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 ei. Alter Sch... Wuh. Wuh. Danke. Sehr gut, Domi. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah. Hallo? Wa? Hallo? Das ist doch nicht mehr normal. Alter, was wollt ihr? Wer soll denn jetzt sowas auf einer Arcade schaffen? Da hängt ein Fuß vom Planeten. Nicht mit mir. Hä? Kaputter Planet. Ui. Was? Oh Gott. Babbel? Ich will meine Babbel. Danke. Okay. Achso. Nein. Ja. Fail. Wuhu. Hier könnte ein Boss kommen, so wie es hier aussieht. Und da die Musik gerade leiser wird, nehme ich es mal. Höchstverschädigt an. Der schmeißt mir Power-Ups um sich. Oha. Oha. Das ist verwirrt. Uah. Ich werde immer schneller. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, noch zu arbeiten. Ich glaube, ich singe da den Leuten was vor. Halalalalalala. Wieder bestellen. Ach, scheiße. Babbel. Babbel? Oh yeah. Hohoho. Oh. Tschüss. Geh. Ja. Genau. So. Hier machen wir mal ein Save und einen Cut. Ja, ich sollte mal langsam mich fertig machen. Ja, ich sag dann mal, wir sehen uns die Tage wieder. Und wie ihr seht, ich lebe noch, obwohl die Frau es gesehen hat. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Also dann, lebet wohl.